Ja, dann wollen wir in unser A-Return, wo wir ja hier die Koordinaten zurückgeben lassen, was reinschreiben. Und zwar die aktuelle X-Position, wo wir angefangen haben mit unserem Überprüfen, wo die erste Pixel des Kreises ist und die Y-Position. Und ein Exit-Loop, ich habe zwar gesagt, das macht man nicht, aber ich habe jetzt keinen Bock, alles für einen Durant-Zillenschleifen zu machen, lassen wir auch noch reintun. So, das wäre ja so jetzt schon recht schön, würdet ihr sagen. Das funktioniert ja logischerweise, wie wir es erklärt haben, einmal ein Fall. Wir starten das Ganze einmal und gucken, dieses Capture, Capture 8, ja, warte mal. So, Capture 0.1, da ist unser Kreis, gucken wir mal rein, wurde nicht gelöst. Schauen wir nochmal. Kann ja sein, dass es irgendwie doof, Zufall war. Hier nochmal, wurde hier nicht gelöst. Und wir sehen, äh, Moment, die, ähm, wir gucken hier nochmal rein. Wo ist es da? Wenn es die Position 0, minus 1 ist, das heißt, wer hier wirklich nirgendwo, ähm, da das gesetzt hat. Das finden wir jetzt natürlich komisch, denn eigentlich sollte er es ja machen. Hm. So, wir gucken nochmal rein. Wo findet ihr denn hier überall die Pixel? Machen wir mal ein Console, right? Mit, mit unseren Koordinaten. Ähm, so, also überall wo jetzt was Helleres finden, als unser Hintergrund. So, gucken wir mal rein. Und wir sehen, das ist schon mal eine ganze Menge, die er da überprüft. Das ist schon mal krass. Gucken wir mal rein. Hat das jetzt gelöst? Nein. Gucken wir mal in das Capture. Und picken uns mal so ein paar Sachen raus. Die Position 26, 23 befindet sich, 26, 23 befindet sich da. Upsala. Da. Dieses, dieser gelbe Punkt hier. Dann haben wir 26, 24. Wir befinden sich direkt da drunter. Hm. Ist natürlich doof, dass er zweimal denselben Körper hier überprüft, ne? Und das Ganze macht er übrigens auch noch den ganzen Rest lang. Das heißt, er überprüft ja einfach alles von diesem schwulen gelben Dreieck, obwohl wir ja einmal das überprüft haben und rausgefunden haben. Das ist es nicht. So, wie verhindern wir das? Ganz einfach. Jedes Mal, wenn wir eine Farbe, also eine, zum Glück sind die Farbe. Da sind ja alle Dinger hier in verschiedenen Farben. Und jedes Mal, wenn wir ein Ding überprüft haben, speichern wir uns die Farbe und gucken wir einfach beim nächsten Mal, ob wir die Farbe schon mal überprüft haben. Dafür müssen wir uns ein Array machen. Den nennen wir mal A bereits überprüft. Der ist am Anfang 1 groß und zwar speichere ich 0, wie immer, die Anzahl der bereits überprüften Sachen. So. Und jetzt, bevor wir das Capture analysieren, machen wir eine Vorschleife. Das heißt, ich brauche hier wieder einen Zähler. Nenne ich einfach mal I. Der läuft von 1 to Anzahl der Captures, der Farben, die wir überprüft haben. Und guckt, if überprüft I gleich der aktuellen Farbe, wenn, setzen wir hier einen boolischen Wert auf, bereits geprüft gleich true. Außerdem machen wir noch ein Exit-Loop. Natürlich müssen wir vorher diesen boolischen Wert auf false setzen. Und dieses Capture analysieren macht er jetzt nur, wenn wir es noch nicht überprüft haben. So. Ähm. Bereits geprüft. So. Was noch wichtig ist, wir könnten das jetzt natürlich so laufen lassen, aber es wird ja beim ersten Durchgang meckern, weil wir setzen I auf 1 und lassen es bis zur Anzahl laufen und wir haben die Anzahl auf 0. Das heißt, wir lassen 1 zu 0 laufen. Das ist natürlich scheiße, weil das nicht funktioniert. Deswegen müssen wir davor noch ein if machen. If wir überhaupt 1 sozusagen haben. Wenn wir überhaupt schon eine Farbe gespeichert haben. Denn wenn wir keine gespeichert haben, müssen wir auf jeden Fall überprüfen. So. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Farben hinzufügen, wenn wir unser Capture analysiert haben, aber nichts gefunden haben. Dann nutzen wir dafür die Funktion Readim. Und da können wir jetzt hier rein speichern, auf was die neu erhöht werden soll. Und zwar lassen wir vorher noch die Anzahl der Captures, äh, der Farben halt nicht um 1 erhöhen. Das heißt, wenn wir jetzt hier drin 1 stehen und erhöhen das Ganze dann um 0, also setzen wir das Ganze auf 1. 1 haben wir aber schon hier, ne. Da, 1 haben wir schon. Wir wollen jetzt aber einen höherer, setzen wir es auf plus 1. Und dann können wir einfach so auf unseren letzten freien Wert zugreifen und speichern da die Pixelfarbe rein. So, jetzt ist das Ganze natürlich schon viel schöner, weil wir jetzt wirklich nur noch überprüfen, wenn wir überprüfen müssen. Deswegen mache ich hier wieder ein Console Write und schreibe hier wieder unsere Daten rein. Und starten das Ganze nochmal. Und wir sehen, er überprüft jetzt wirklich nur noch 4 Mal. Wir gucken uns mal das Capture an. Und da sind auch nur 4 Sachen drin, die er überprüfen muss. Und wenn wir jetzt mal ins Capture reingucken. 8,32 ist das hier. Dann 9,26, das ist da. 20,7 da. Und 65,30 da. Er überprüft also wirklich alle 4 Farben. So. Gucken wir mal rein. Er hat es aber immer noch nicht gelöst. Das heißt, wir haben da immer noch einen Fehler in unserer Funktion. Das können wir auch ganz einfach debuggen, indem wir uns... Kreisbreite minus bis zum Rand ausgeben lassen. Starten das Ganze nochmal. Hm, da kommt überall 0 raus. Warum ist das so? Wir gucken hier nochmal rein. Wenn wir also ein Pixel finden, soll bis zum Rand auf 0 gesetzt werden, soll bis zum Rand auf plus 1 gesetzt werden. Wir gucken mal. Pixel wird nicht gefunden. Gehen rein. Suchen. Ah, haben wir ein Pixel gefunden. Setzen auf True. Das hier ist schon mal falsch. Da. Oha. Muss er nicht hin. Ne? Wir müssen halt gucken. Entweder das oder das. Schätzt man, dass es nicht daran lag? Oh doch. Daran lag es. So, wir haben jetzt hier drei Sachen nur. Gucken wir uns mal das Capture an. 1, 2, 3, 4 haben wir da aber trotzdem. Gucken wir mal. Das kann natürlich einfach so ein kleiner Wachs sein. Was haben wir hier? 7, 27 haben wir da auch. Ist 30 lang. Was haben wir hier? 1, 3, 29. Den hat er anscheinend nicht gefunden. Warum auch immer. Gucken wir nochmal rein. Aber eigentlich müsst ihr den finden. Also, wir starten einfach nochmal. Ah. Ah, das ist jetzt ein bisschen überlappt. Das da ist jetzt nur ein 20 lang. Und er sagt uns, das haben wir gecrackt. An Position 68, 26. Gucken wir mal. 68, 26. Ist das das? Ja, 68, 26. Und das ist unser Kreis. Das heißt, wir sehen, das klappt jetzt hier schon einwandfrei. Ich frage mich zwar, warum er vorhin dieses einmal dann einen Fehler gemacht hat. Aber ich meine, solange es jetzt immer klappt. So, gecrackt. Gucken. Ja, gecrackt innerhalb von eine Viertelsekunde. 33, 16. Gucken ins Capture. Größern. Das ist das. R 33, 16. Und ja. Da seht ihr, wie einfach es doch ist, ein Capture zu cracken. Und wir brauchen wirklich nicht lange dafür. Es dauert, wie ihr seht, wirklich immer nur eine Viertelsekunde lang. 9, 17. Es kann natürlich sein, dass da manchmal ein Fehler drin ist, wie den einen vorhin, wo er den einfach nicht überprüft hat. Hier, 9, 17. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und ihr habt jetzt eine kleine Idee, wie ihr Captures cracken könnt. Viel Spaß. Euer AMRK.